Mann, so, jetzt. Ab, 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 ab. Ich glaube, ich kann auch gleich wieder schlafen gehen. Habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl, jedenfalls. Deshalb mache ich gerade ein bisschen schneller auch. Ich glaube, ich kann auch wieder schlafen. Ach, fucken. Dann wäre der Turm hier auch schon mal erledigt. Dann haben wir jetzt drei von vier. So, dann mache ich aus dem halben Stack hier jetzt noch schnell Stäbchen. So, das dürfte hoffentlich reichen. So, dann müssen wir auch noch Türen und alles craften. Naja, kommt alles noch, kommt alles noch. Ganz ruhig, ganz ruhig, Leute. So. So. Nein, meine Güte, jetzt komme ich da hin. Ja, ich komme da hin, in der Tat. So, von hier oben kommen wir dann in Zukunft ganz entspannt. Und Monstern zu gucken. Naja, naja. Und zack. Und, komm, jetzt gleich haben wir es. Nein. Nein. Äh, nein. Ach, Mann. So. Gleich haben wir es. So, dann hier noch. Dann ist hier noch der inneren Ring. Na toll, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Wie komme ich da hin? Okay, so. So, dann zack, zack. Zack. Nein. So, haben wir es jetzt? Na, immer noch nicht ganz. So. Jetzt haben wir es. Ah, wunderschön. Wunderschön. Und wir haben auch nichts mehr zum Essen. Ja, nur noch den Apfel. Ich finde es schade, dass man sich aus Steinen keine Steintüren craften könnte. Das wäre doch mal was Geiles. Aber, naja. Das wäre, glaube ich, wieder zu viel Fantasie. Naja. Man darf ja wohl noch träumen. So, dann schmeiße ich jetzt hier noch die zwei Brote rein. Und dann vielleicht doch noch ein drittes Brot dazu. Haben wir hier noch irgendwo ein Schwert rumliegen? Nö. Dann machen wir uns noch ein Diamantschwert. So. Dann werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal... Vielleicht nicht gleich, aber wir werden dann nochmal Bäume fällen gehen. Weizen werde ich gleich noch ernten. Und dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen was in der Mine tun. Denn in der Mine waren wir jetzt auch länger nicht mehr. Ja. Denn wir... Also, ja. Was heißt länger nicht mehr? Wir gehen da eigentlich fast jedes Mal runter. In der Hoffnung auf Slimes. Die aber irgendwie, warum auch immer, keinen Bock haben zu spawnen. Ich bin doch in einem Slime-Junk, oder? Also, ich habe ja... Ja, ich bin in einem Slime-Junk. Aber der Slime-Junk hat schon einmal keinen Bock, irgendwie... Slimes auftauchen zu lassen, habe ich so das Gefühl. Naja. Gut. Dann... Gehen wir... Wieder doch noch... Dann gehen wir doch wieder nach oben. Naja. Passiert ja jedes Mal. So. So. Dann wären wir oben. Wir müssen uns auch irgendwann mal Tiere züchten. Also, ein Tiergehege bauen, dann dort Tiere ansiedeln. Aber das machen wir dann irgendwann mal, wenn wir weitergezogen sind in dieser Welt. Denk ich mal. Denn auf ewig hier bleiben ist, glaube ich, auch keine allzu gute Alternative. Moment. Erstmal. Wo haben wir denn hier noch Weizen? Da ist noch Weizen. So. So, sind wieder vier neue Brote. Zwei lege ich rein. Zwei nehme ich mit. Dann brauche ich doch nochmal ein bisschen Cobblestone. Und zwar möchte ich jetzt noch eine Sache machen, die ich ganz vergessen hatte. Und zwar... Hier oben. Das ist eigentlich das Wichtigste auf einer Burg. Und zwar... Ich habe gerade überlegt, dass ich das auch mit Treppen machen soll. Aber ich habe mich dann doch jetzt gegen die Treppen entschieden. Weil ich finde, das ist dann so doch... Noch ein bisschen Stil echter. Das muss ich natürlich jetzt auf allen Seiten machen. Da könnte ich jetzt ein Problem bekommen, weil ich da nicht mal hochkomme, richtig. Deshalb T-Fly. Ja, tut mir leid. Beschimpft mich von mir aus als Cheater. Aber es war wirklich was Wichtiges, was ich vergessen habe. Und ohne das ist eine Burg keine Burg, finde ich. Ohne die guten alten Zacken. So. Aha. Sieht doch gut aus. So, Leute. Unsere Burg wäre dann damit eigentlich fertig. Bis auf die Türen. Die werde ich gleich machen. Sofern ich... über Holzfarmen gehen kann. So. Dann gehen wir doch gleich noch ein bisschen Holzfarmen. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja mal hier hinten raus. Ach ja. Ich könnte ja jetzt in Stuttgart 21-Bauzaun-Sitz bringen. Aber ich glaube, der wäre hier etwas unangebracht. Denn wir sind hier ja dann doch etwas zivilisierter. Ach du Scheiße. Was ist denn hier gewachsen für ein Teil? Ach du Heilige. Na ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, dass hier so ein Riesenbaum wächst. Aber jetzt ist da halt einer gewachsen. Muss man eben mitleben. So. Ach ja. Bäume sind doch in Minecraft der wichtigste Rohstoff. Oder einer der wichtigsten Rohstoffe. Ohne Bäume kann man nicht viel machen in Minecraft. Ach ja, genau. Vielleicht hat das ja jetzt schon einer hier mitbekommen. Mojang hat ja einen... Also wenn ihr das Video seht, dann seht. Dann ist das natürlich schon etwas länger jetzt vorbei. Und zwar Mojang hat einen 60 Stunden langen Livestream gemacht. Wo sie an einem Wochenende, und zwar von Freitag bis Sonntag, glaube ich jetzt. Die Entwicklung eines neuen Spiels gezeigt haben. Und zwar auf humblebumble.com. Das haben die, ich glaube, einer Stiftung... Ich weiß jetzt nicht für welche... Also was für Stiftungen das sind. Aber ich glaube für ärmere Leute oder sowas. Ich weiß es nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall... Der Erlös... Also man kann während des Livestreams quasi spenden. Und der Erlös von Gespendeten wird dann eben an verschiedene... Ja... Von diesen Einrichtungen eben gehen. Finde ich eine ganz tolle Idee von Mojang. Das Spiel gibt es, glaube ich, dann auch kostenlos zum Download. Ich weiß jetzt nicht, wie es steht. Um 21 Uhr ist es heute Abend fertig. Wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich hatte eigentlich vor zwei Stunden aufzunehmen. Das wäre dann also noch eine Stunde. Ähm... Ob ich das jetzt noch durchhalte? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt eigentlich wirklich nicht, was ich jetzt noch so groß machen sollte dann. Aber... Man wird es ja dann sehen. Ach du heilige, wie riesig ist denn der Baum hier? Da habe ich mir natürlich mal wieder einen tollen Baum ausgesucht zum Abholzen. Habe ich natürlich mal wieder toll gemacht. Wie ist hier das passiert, wenn man labert? Und nicht hinschaut, welchen Baum man abholzen will. Nee, das passiert jetzt mal ernsthaft als ich. So. Sie muss dann echt auffassen. Hier ist ja wirklich fast überall noch Holz. Also man muss ja wirklich jedes kleine Futzelstück Holz abbauen, weil sonst... Der Baum sagt... Nö. Ich lasse die Baumkronen nicht verschwinden. Und da kam Abfüll rüber gesegelt. Na ja. Also hier, das müsste ich dann langsam echt mal... Oh Gott, es ist dunkel. Ich habe Angst, dass es gleich... ... dass es gleich zisch macht und dann... ... der Creeper hinter mir hochgegangen ist. Na ja. Wohl bemerkt, die Zeit vom in der Vergangenheit, ja. Ähm... Wir wollen ja korrektes Deutsch reden. So. Ein korrekt deutsches Deutsch. Korrekt deutsches Deutsch. Voll korrekt, ey. Ich weiß jetzt nicht, warum der Baum hier nicht decayt, also nicht verschwindet. Das ist mir jetzt eine Frage. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach so. Wozu hat mein Singleplayer-Kommens denn? Ich könnte natürlich auch ein Feuerzeug an den ganzen Baum anzünden, aber da ist mir die Gefahr zu groß, dass ich hier den ganzen Wald im Brand stecke. Und, äh, dass ich den ganzen Wald im Brand stecke. Ja, doch, ist wohl korrekt. Ähm. Und das wäre ein bisschen stumpf, wenn wir dann hier den ganzen Wald anzünden. Ja, da seht ihr mal. Ui, da habe ich doch... Da habe ich ihn doch gerade gesehen. Da ist er. Da habe ich ihn doch gesehen, die alte Sau. So. Langsam. So, jetzt verschwindet er auch von alleine, oder? So, lieber Baum, würdest du jetzt bitte von alleine verschwinden? Ich wäre dir dafür sehr dankbar. So, ihr kommt jetzt auf mich, wenn ihr bei unserem것 habt.